hallo hier ist der martin von money monkeys dass die taxanalyse für donnerstag den 18 dritten 2021 wir nähern uns dem verfallstag und dieser kleine scheiß hat hier gut kohle gemacht jetzt zum donnerstag zum mittwoch der saß gestern hier noch ganz entspannt mit seiner tasse da und hat ganz cool reingeguckt in die kamera und zeigt uns jetzt hier seine tollen gewinne der dachs hat es geschafft einen schrittchen weiter auf der stiege hier im port zu klettern so jetzt haben wir donnerstag donnerstag sind oft ganz gut untersetzte tage und dann auf jeden fall auch wieder gutes volumen überall drin wird auch noch gut gekauft auf dem bereich also auch wenn das natürlich von einzelnen titeln getragen wird am ende ist es egal welchen weg das ding geht wichtig ist das ziel das ende na also das wo wir das ergebnis auf das kommt drauf an denn das bewerten wir hier ganz egal ob das mal eine sap ist die kurz im dax schießt oder eine vw weil sie von irgendwo durchgeprügelt wird um da irgend so einen hedgefonds wieder in bredouille zu bringen also ich denke ihr habt das alle mitbekommen dass da deutliche deutliche gaps zwischen vorzugs und stammaktien entstanden sind das sind ja auch so sachen auf das einige hedgefonds immer wieder bisschen spielen so spread rates machen wenn man natürlich dann den einkurs extrem durch die gegend ballert dann kommt die natürlich auch ein bisschen ins schwitzen so und das hat ja dieses jahr irgendwie so ein bisschen system dass man versucht hedgefonds irgendwie klein zu machen und rauszutreiben aber das soll gar nicht gegenstand von dem video hier werden wir wollen über den dax sprechen und hier ist es uns egal ob das die vw ist und ob die vw dann wieder fällt und dann macht man mit einer bayern weiter oder wie auch immer es ist scheißegal wichtig ist was was hier tatsächlich im dax passiert weil das hat trotzdem muster auch wenn es untergeordnet vielleicht so wirkt wie es ist es von einzelnen aktien getrieben ist es doch immer wieder auch untergeordnet immer wieder klares muster also die 690 wo er hier sein hoch markiert hat da haben wir genannt punkt genau und von wo ist er losgezündet von der 635 da hat es knall gemacht das sind alles zahlenniveaus die wir hier in der analyse auch immer wieder benannt haben auch marken die mir auch im premium zum beispiel in updates mit verteilt haben und das zeigt auf jeden fall dass der markt sich trotzdem im chart fügt halt und dass die einzeltitel im dax zwar sicherlich zur bewegung mit beitragen aber letztendlich die formung wird dann trotzdem durch ausgleichsgeschäfte irgendwo erzielt hat und wenn man einfach mal antrag zu runter zieht um da irgendwo das entsprechende zu machen das passt schon deswegen schauen wir nur auf den dax hier aus dem kriegt man genug rausgedeutet um das zu unserem vorteil nutzen zu können und deswegen macht man das auch einfach und vergold nicht die zeit mit zu vielen anderen sachen ja so denn zeit ist wertvoll und zeit ist wichtig also wir sind auf dem weg nach oben wir haben den long trigger überwunden auch jetzt erst einmal eine kerze drüber geschlossen das war dann hier so gegen und waren das 16 uhr 15 30 16 uhr hat er sich drüber gelegt und dann hat auch seinen schub rausgekriegt also direkt den trigger gezündet die linie habe ich jetzt nicht noch mal bearbeitet die war so na und er hat das erste ziel jetzt schon erreicht dass vorher die 635 der hat sich erstmal gut durchgestellt jetzt denkbar dass weiter geht weiter geht halt na also das sieht man auch schon die 690 wirkt auf dem fenster hier ein bisschen surreal es wirkt sogar ein bisschen bisschen zu eng ich würde mal hier noch eine mit rein nehmen das hat man die letzten tage schon mal ein bisschen auf den blick so im bereich um 29 und die 800 nehmen wir mal noch mit rein so weil wir hatten ja hier die tage machen da muss ich glaube ich noch mal nachholen schon mal darüber gesprochen hier ein paar FIBO-Ziele wir hatten das gesagt dass es sich ich habe ja oft auch ein bisschen mehr dahinter wie ich euch versuche so einfach und möglich und verständlich darzustellen da haben wir gesagt dass der markt sich häufig an der linie orientiert das kann man ja mit einem mit einem FIBO-Projektionswerkzeug kann man sowas ja auch messen indem man dann einfach sagt okay wir projizieren einfach mal die welle von hier an die untere und schauen mal wie viel wird das da sehen wir hier ganz interessante schnittmengen und die liegen nämlich einmal bei genau 96 die herkommt das ist hier die 50er das ist unser das das ist quasi 50 prozent der welle das sind jetzt hier nach oben gelaufen halten das heißt das ist ein gutes reaktionsziel dann haben wir hier das 61 um die 57 rum das haben wir schon markiert und jetzt wollte ich auf die linien hier hinaus genau ein bisschen vertan bisschen falsche erinnerung gehabt und das ist so etwa 69 etwa 69 und 38 das sind die wichtigen interessanten zielmarken ich glaube die 69 die werden wissen viel verlangt zum donnerstag es ist aber auch verfall also man sollte niemals nie sagen halt ich könnte mir aber vorstellen dass ihm die 830 durchaus reichen könnte vielleicht sogar schon die 750 aber da ist viel aufmerksamkeit drauf die 50 das haben sehr sehr viele auf dem schirm die ist auch bei uns im tageschart schon seit ewigkeiten das haben mir ganz 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 viele nutzer auch geschrieben dass sie das in anderen analysen gesehen haben 57 das hat ja jeder 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 hat den gleichen chart jeder guckt auf den gleichen chart und jeder zieht letztendlich auch immer wieder die ähnliche linie weil der dax ist halt der dax so und wenn ich vier fünf fähige leute habe und setze sie zusammen und sagt mir okay wo ist das markante hoch wo ist das markante tief und legt man eine linie dazwischen werden wahrscheinlich auch vier fünf leute auf die gleichen punkte kommen und so auch wenn der eine oder andere das dann gerne mal so auslegt wie als ist das dann sein besonderer verdienst wir arbeiten alle mit dem gleichen gleichen chart das das darf man nie vergessen halten und immer mit dem gleichen pattern das heißt alle theoretisch sollten viele schnittmengen immer wieder da sein in dem fall ist es aber meistens nicht gut wenn die schnittmengen zu markant überall gleich sind weil die marken dann gerne überlaufen werden und da bin ich bei der 57 so ein bisschen vorsichtig für mich ist sie sehr wichtig halt auf tagesebene und auf zwei stunden ebene aber wie ich so von meinen mitgliedern gehört habe ist das halt auch sehr 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 weit getragen also egal welches großes analyse haus man nimmt ich glaube die ist überall irgendwo mit gegenstand in einem chart und da werden wahrscheinlich viele 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 ihre shorts reinsetzen auch im privatbereich und irgendwo müssen die dann halt auch ausgestoppt werden und für das fände ich halt die zwei bereiche ganz nett hier so 8 30 9 64 das wäre nett also ich glaube an der 14 9 64 oder auf 60 so einen kleinen short und mit 50 punkte stop loss oder sowas halt einfach mal kurz über die 15.000 drüber gelegt ich glaube das würde ich mir sogar selber mal gönnen gegen den trend und scheiß drauf wenn die weg sind aber das ist so eine stelle da kann er halt auch einfach mal 350 punkte von weg machen nach unten halt ne also das sind so auch die 8 30 ist so nett die 57 ist genauso ein punkt aber sie ist mir zu offensichtlich also das sind auf jeden fall oben jetzt so meine nächsten drei zielbereiche und die ich hier ein bisschen ins visier nehmen würde bei der 8 30 ein bisschen aufpassen weil der markt der dax und seine 800er kennenzahlen die das hat er gern egal ob das eine 9800 ist eine 10.800 eine 11.800 12.000 13.800 das sind ganz gerne mal ganz markante tiefs und ganz markante hochs für ewigkeiten ne ich weiß nicht wie lange wir uns die 13.800 von oben von unten angeguckt haben fast 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 ein jahr möchte ich behaupten hat er gebraucht um da wieder drüber zu kommen oder wir sind im märz 2020 von 13.800 in die korona tiefs geschickt worden und sind wann wieder drüber naja vielleicht doch schon letztes jahr aber auf jeden fall eine ganze weile so und auch eine 9 8 und so was das sind ganz lange markante hochs gewesen also wir können ja mal ach braun da nicht reingucken ihr wisst dass ihr kennt die kennt die geschichte vom dax wenn nicht kann sich hier jedem hat die freizeit nehmen und mal einfach ein bisschen durch scrollen deswegen habe ich ist das für mich ich sage immer so 7 50 14 7 50 bis 14 800 ist für mich schon ein bereich wo ich markt auch eine deutliche umkehr zutrauen deswegen finde ich den donnerstag super interessant weil wir wahrscheinlich unsere ersten umkehrsignale bekommen können das wo ich die ganze zeit immer gesagt habe vorsicht 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 ich glaube der geht noch weiter ich glaube der steigt noch weiter die leute sind auch noch zu viel short und so weiter und so fortzeit guck mal seit das ganze muster hier die ganzen wochen immer wieder gesagt ich glaube der steigt und habe immer wieder youtube kommentare gefangen das ist so schlecht deine analyse ist so schlecht und das ist doch so short und der dow jones fällt doch und und guckt jetzt mal einfach aufs ergebnis halt na was haben wir denn seitdem gemacht wie viele von den ganzen longtwickern hat er denn nach oben verwandelt und das ist schon eine starke leistung einfach vom dax der ist gut rausgelaufen so und ich glaube so langsam hat es auch der letzte verstanden und wird sich hier jetzt langsam überlegen was er da vielleicht tut und das effektivste was der dax eigentlich machen könnte wäre wenn er sich noch halten kann wenn das wirklich über 600 ins wochenende gehen kann das wäre für den wichtig das wäre für den wichtig dann könnte nächste woche richtig abschmieren weil das fällt ihm leichter wenn er noch mal so eine auspeitscher woche drin hat wo dann wirklich jeder am wochenende in sich geht und sagt oh alter ich handel die ganze zeit short seit zwei wochen seit drei wochen und der markt steigt und er steigt nächste woche macht es einfach mal anders nun was passiert genau dann fällt der markt halt na und dass das wäre passend aber davon möchte ich mich jetzt nicht beirren lassen weil wir haben einfach wir kriegen hier interessante kurzbereiche die sind netz die sind knackig und darüber wird es dann halt ja wird es dann halt an marken immer dünner halten die 15.000 14 69 die ist ganz interessant noch und dann geht es ja es ist dann 15 250 und 15 500 halt na also dann geht man halt auf die großen runden blöcke das klappt dann auch immer ganz gut aber ja ich glaube schon dass hier noch mal vorher wind reinkommt weil man sieht auch das schönheit denn das ist erste erste hoch kleine gegenbewegung schöne lang gestreckte impulsive bewegung dann wieder eine schöne korrektur und jetzt so ein dritter auf antriebsstrang das ist häufig dann ein zeichen von erst mal wieder ein bisschen konsolidierung also es kann dann durchaus muster gültig sein so und das sind jetzt potenzielle zielzonen eben dieser bewegung die seit hier unten läuft und wir gucken auf die 57 38 wenn ihr der rote stundenkerzen weg rotzen seht ich höre ich jetzt nicht zum schorten im abwärtstrend verleiten aber ich habe die ganze zeit hier immer wieder gesagt das ist für mich nicht dolle großartig short ist na und dass ich unten eher was sehen will das da oben sind so die ersten punkte wo ich sagen würde da kann ich mir gut vorstellen dass er dass er weg droppt halt na weil einfach in zielbereiche wichtige zielbereiche reinläuft ihr dann erreicht von naja also wenn unser dax zum donnerstag denn überhaupt noch ein bisschen weiter etwas drauf legen kann schwung hat er ja mitgebracht wenn er das jetzt noch verwandeln kann und er geht weiter 57 38 erst mal erreichbar da kann man vielleicht noch gegebenenfalls sogar hinlangen man kann auch wenn man so lange keine roten stundenkerzen kriegt sogar versuchen aggressiv auf die 69 oben drauf zu gehen irgendwo seitwärts muster kriegt stabilen trend einfach hat wo nix zu kippen droht denn erhalt hoch bis 69 das ding schieben kann man auch lange mitgehen aber wenn rote stundenkerzen kommen würde ich persönlich longs zurückbauen teilgewinne oder ganz raus und vielleicht sogar mannen short probieren ich hoffe das video zeichnet auf der sagt jetzt hier die ganze zeit speicherplatz wird eng auf der kiste hoffentlich klappt das mit dem video ich versuche mich mal gleich kurz zu fassen weil so viel brauchen wir eigentlich gar nicht mehr erzählen die kiste wir haben um die drei ziele das ist klar sollte der runter kommen hat er unterstützung um 550 rum ja also bringt das sich gar nicht oben raus kann er durchaus noch mal auf eine 560 zurückkommen 560 580 das wären von oben gute support machen um sich noch mal hochzudrehen darunter wäre sonst 500 480 maximale meiner gefühle auf der unterseite zum donnerstag das könnte aber sogar auch kommen wenn er sich zum beispiel von 830 und fette rote katz dahin stellt kann er bis 65 auch wieder runter das kann der auf so einem niveau kann er das und deswegen ist das wirklich der erste tag seit bestimmt zwei drei wochen wo ich sage also da muss man ein bisschen aufpassen weil ich nach unten auch bock machen kann jetzt ich glaube da könnten jetzt mal wieder richtig längere kerzen kriegen und würde daher das doch eher stark long orientierte verhalten was wir die letzten tage wochen hier immer hatten ein bisschen zurückstellen und schon sagen wenn rote kerzen kommen wissen aufpassen der kann erstmalig dann auch anfangen wieder richtig zurückzustoßen wir kommen jetzt auf ein niveau wo die leute das akzeptieren ich habe das heute sehr sehr schön im chat gesehen wie viele jetzt die aufwärtsbewegung akzeptieren wie viele auch ihre short von dass sie erstmal zurückstellen wie viele erkennen das geht aufwärts und da haben wir die ganzen tage immer wieder davon gesprochen dass da noch was fehlt und das kommt jetzt gerade und wenn er jetzt zum donnerstag noch weiter steigt dann findet das seine 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 vollendung und dann dann kriegt man kriegt man langsam wieder ein bisschen potenzial auch in die andere richtung rein halten und daher auf jeden fall schön aufpassen es wird ein schöner tag der handeltag ich hoffe bringt uns ein bisschen volatilität und stirbt nicht so ab über verfallswoche donnerstag ein tag vorher eigentlich müsste das schon ein bisschen was gehen also ich bin zuversichtlich und ich drücke euch unheimlich die daumen dass sie hier was gut rausgegriffen kriegt das sind dann keine bewegung für jedermann aber wenn man es gut gerettet also gut gerissen kriegt und sich vielleicht auch so ein verlust limit setzt dass man sagt okay wenn ich drei mal am tag ausgestoppt wäre dann höre ich hier auf zu drinnen herum zu fuchteln dass man sich quasi nicht nach hinten raus richtig was kaputt machen kann dann können solche tage richtig spaß machen halt na also das auf jeden fall okay also ich mache hier zu ich hoffe die aufzeichnung hat geklappt das sah nicht gut aus und drückt euch die daumen dass wir es rausgezogen kriegt also drückt euch wirklich die daumen wie gesagt grenzt euch hier nicht ab wenn er wenn er wenn er durchziehen will wenn es richtig übertreiben will das ist drin das ist möglich ich würde eher sagen 8 30 im max aber es ist möglich wenn er bock hat wenn die leute auch voll gegenstehen das ist drin durchzudrücken dann muss auch ein kräftiges aufwärtsgeld mitkommen dann kann er richtig durchdrücken aber achtet auf die kerzen rote stundenkerzen sofort achtung ein stundenkerzen meine ich nicht zwei stundenkerzen eine stunde rote einstundenkerzen da sollte man dann aufpassen wenn die hier oben irgendwo entstehen da muss wirklich aufpassen markante rote stundenkerzen nicht hier so zwei punkte rot sondern markant rot dick prall gefüllt so richtig schön wurde dran lecken möchtest richtig schöne rote kerzen zum dran lecken also wenn es so was sieht dann ein bisschen aufpassen und analyse im hinterkopf behalten ich mache hier aus ich wünsche euch was wir hören uns dann noch mal fürs video für morgen also bis dahin tschüss viel spaß